Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, muss ich wahrscheinlich ein bisschen leveln oder so, ne? Ich schätze auch. Die Clown-Stings, das ist echt der Shit. So für das Monster kann man halt auch verschieden. Das kann man ja upgraden noch und so, da kann man sich ja Cosmetics holen. Also, oder die Reding finde ich auch super, ey. Also echt. Ja, neue Runde, neues Glück. Wer fehlt denn hier gerade? Wer fehlt denn hier gerade? Warte mal, ich muss schnell ein. Ich lade dich mal ein, den Dennis. Das wäre exzellent. Ja, lädst du den Dennis ein schon? Hab schon. Tobi ist ein netter Kerl. Danke, komm rein. Wenn der Dennis dann ist, starte ich mal eine Search. Ihr habt vielleicht die letzte Folge gesehen, Decide heißt das Game, gibt es bei Steam und wir sind da noch gar nicht sicher, so wie es geht. Aber wir haben ein bisschen... Doppel ist super. Oder DC-Eat. DC-Eat. Also, das war eine ohne Zeit. DC-Eat spielen. DC-Eat. DC-Zug, hör mal. Alter, ich hab aber hier auch nicht gehofft, ne? 51, Alter. Ey, was war da? Liquid. Liquid, Alter. Ja, es ist ein bisschen wie Trouble in Terroristown und ein bisschen Dead by Daylight ist drin und was weiß ich, was noch alles. Und ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Mit einer neuen Runde. Müssen es noch lernen, auf jeden Fall. Also, wir können es noch nicht so richtig. Geht nicht. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial, meiner Meinung nach. Rachel ist der Charakter. Leider, ich hätte mal den anderen gewählt. Ich bin Charme, leider. Ja, aber ich hätte gerne mal einen anderen eigentlich. Ah, okay. Okay. Ja. Aber man muss dann halt mit dem Charakter irgendwie weiterspielen am besten, weil... Okay, hier kann man auch irgendwelche Slots, aber können die da was machen? Nee. Ich kann da auch noch nichts auswählen bei den Trades. Das ist alles Empty. Wenn auch Level 2 ist und so, dann geht das schon irgendwann irgendwie. Ja, ich bin aber Level 2. Ich bin Level 2, Alter. So, das ist für Terror dann, ne? Ach so. Level 3 ist noch Locked, ja. Ach, Level 3. Ah, yo, jetzt hab ich das auch verstanden. Okay. Mhm, mhm, mhm. Tier 1 Top Slot ist Level 3, alles klar. So, wir warten noch auf den einen Spieler. Level 3 Required, aber der untere Empty Slot, der wird's doch eigentlich gehen. Der Tier 1 Slot. Select a trade to go there. To go here. Und dann kann ich jetzt Challenge und Trade oder Panic? Was? Das hab ich auch noch nicht. Aber Tier 1 Slot ist Terror, ne? Okay. Ja, so Tier ist immer halt quasi die Stufe, so Tier 1, Tier 2 und so. Und auf jedem Tier hast du halt verschiedene drei Sachen zum Beispiel, weißt du? Und dann kommt Tier 2 und dann hast du nochmal zwei, drei neue Sachen. Okay, seid ihr ready? Spiel beginnt jetzt. Ja, in fünf Sekunden beginnt das Spiel. Ready, Leute! Ab geht's! Neues Glück! Okay, ein bisschen schade, dass wir immer dieselbe Karte haben hier. Aber es gibt halt auch mehrere. In der letzten Folge haben wir auch wieder die gespielt. What happened to me? Die ändert sich auch irgendwie, hab ich das Gefühl, oder? Innocent. Innocent, oh, Innocent. Hello, Freunde! Und es gibt Infizierte hier, die die Innocents umgeben müssen. Eine Million Euro, das Curry äh äh Monster ist. Wir spielen übrigens immer noch dieselbe Session, also nicht wundern, dass wir eure Kommentare noch nicht lesen. Wenn ich jetzt auch noch keine Facecam eingebaut hab, wird in der nächsten Folge auch zu sein. Dennis? Ronze kommst direkt so rein mit Aggression im Gesicht, ne? Ich wollt nur schnell zur Kamera, bevor die ein anderer nimmt. So, das ist nice. Ey Tobi, du sagst dir auch alles ein, ne? Na klar. Geil, ich hab auch ne Kamera, Leute! Was kann man mit denen noch machen? Geil, keine Kamera, Leute. Tobi, die hat jetzt... Ich glaub im Dunkeln ein Wützen oder so. Liquid ist hier bei mir. Oh Gott, da müssen wir aufpassen. Bisher waren die immer Traitor, diese anderen. Ey! Wollt ihr mich grad neifen, Alter? Ich hab das Gefühl. Wollt ihr mich grad neifen, Walle? Ich hab's nicht gesehen, genau, ganz ehrlich. Ich bin mir sicher. Wobei, ich muss sagen, der Walle ist auch wieder Fifty Wallis. Der rennt nur mit dem Messer rum irgendwie, das sah nur ganz komisch aus. Das Messer war F, ne? 4,20 Sekunden geht das Licht wieder aus, Leute. Warum willst du das wissen? Ne, nur einfach mal so. Waldemar Hartmann. Valentinius Reimelus, Alter. So, Radar hab ich auch. Das ist schon mal nice. Okay, das funktioniert, dann hast du ein Radar oder was? Ist ja geil. Ne, das ist immer unterschiedlich bei diesen Dingern. Nein, das sind nur diese Teilen. Ey, warte, was willst du von mir, Alter? Ja, ich bin doch hier. Du brauchst ja gar nicht hinterher schleichen, du Spass. Ey, rück dich mal. Ey, ey, ey. 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 Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Das Alien ist da heute um die Ecke. Geht weg! Ah, Ah, Ah. Ich sage ja doch nicht umsonst. Soll ich mich in Luft auflösen oder was? Ah! Ey. das ist ja was jetzt los ich kann irgendwie wieder rumlaufen aber ich fliege auf den alten dennis oder irgendwer hat mich erschossen weil wir umgebracht ich liege auf dem boden wer hat mich gerade getötet weil er es nicht du warst der ball ist weiter der schießt also geht wieder auf alle und das ist ja wir sterben alle wahl und leute 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 seid ihr denn alle was passiert jetzt gar nichts was leute ich liege auf dem boden ich kann mich irgendwie rum das hat mich fertig gemacht alter mein gott das war bei mir auch fast oben habt ihr gehört weil es unverpackt alter das ist echt so wenn ihr sterbt dürft ihr nicht mehr reden eigentlich das ist echt wichtig wo bist du kleiner hoden kobold ich wusste sofort dass du das bist ja klar du kleiner ich ich habe auch nichts gemacht man du hast mich einfach angegriffen gerade er hat nichts gemacht der andere typ ist ja noch dabei eigentlich tatsächlich Dos kla Confusion richtig überzeugt ist alle bist ja nicht unsere obligatorität bei calibration aber du bist so neust-neust die ich mich hier neust-neust we sind our friends na uah i think yo this guy down here he just shot me 10 he is a monster pass of watch out man okay oh man you are you are friendly all right I hope so I have children I have sister and brother I think you're the one that transformed earlier I can't I'm friendly look for zaraza he's very close to this we should do it the one you fuckers is the one you fuckers the one you fuckers okay Tobi 3 2 1 come you fuckers I knew it was one you traitor bitch oh no I have the revive Du musst ihn wieder beleben! Tobi mach was! Oh nein! Ich hör wieder eh was! Ich kann nicht hier voten! Lass ihn da liegen! Ich hab keine Ahnung! Sterb! Komm Tobi! Da ist er schon wieder! Alter da kommt Sarraza! Achtung da kommt Walle! Scheiße man! Wieso ist der Typ wieder da? Wenn Walle gleich da ist, schieß ich... Ja wir sind gefickt, Walle ist da! Hallo! Willst du da Tobi? Muss ich jetzt zurück! Ich verblute gerade! Man! Tobi! Dennis! 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 Ich hab so gezuckt! Iiiihihihihi! Kommt da mit seinen Stolz! Ach schön! War es das nicht? Wer lebt der noch? Wenn ihr alle nichts sagt, seid ihr alle tot! Ja damit hab ich euch gewonnen! Scheiße ey! Tut mir leid ey! So mein Buddy ist noch hier! Er war doch mega! Guck mal wie der da durch die Iiii geht! Wie der lange Iiii geht! Lass es sein! Lass es sein! Sag ich! Hast du grad seinen Typ gekehlt? Ja mein Buddy hab ich schon gebracht! Ich bin der alleinige Sieger! Brunze! Brunze! Oh mein Gott Curry! Hey Dennis! Warte der war gar nicht dein Buddy! Ja ich dachte der kurste wäre mein Buddy! War aber gar nicht! Der hat's nicht gecheckt! Habt ihr den doch völlig umsonst gecheckt? Scheiße! Tobi ich dachte der ist Dreck so! Ich hab so auf Dennis seine Rat hin geschossen! Sorry ich bin auch noch ein bisschen verpeilt hier! Den ist was kann man natürlich immer sehr gut hören ey! Dankeschön! Alter was? Alter wie geil ist der den Tobi-Sack gesnackt? Okay aber langsam verschirren wir das ey! Wie oft hast du Blut getrunken wolle? Ey ich war voll! Komplett voll! Der läuft an dem Blut! Ich war komplett richtig besoffen! Nimmst du dann mit Facecam auf! Hast du grad aufgenommen? Ich hab leider die Facecam nicht erzählt! Ich musste mal machen ey! Wir machen jetzt halt eine Session ohne Facecam liebe Freunde! Wäre aber auf jeden Fall lustig mit Facecam! Aber manchmal ist das Zocken auch so entspannter einfach! Ich hab jetzt mit Facecam mal aufgenommen! Weil ich hab mich grad so erschrocken in der Situation wo du von hinten kamst! Ich hab richtig so gezuckt alter! Geil man! Zuckungen da guck ich mich gerne an! Alter ich hab dich richtig richtig penetriert! Ne weil ich dachte ohne Witz! Wie geil ich dich weggesnackt hab! Ja ich dachte du bist weiter weg! Ich dachte du bist weiter weg! Boah wie geil! Aber was jetzt wirklich kapiert ist wie kann man voten! Das versteh ich nicht! Ja das versteh ich auch nicht! Hä? Hallo man! What's going on? I'm from Germany! Oh ne! Ich hab den Typen immer ausgeschaltet den anderen! Es ist vielleicht ein bisschen doof aber irgendwie... Ich hab ganz neise nur auf 50% hab ich's nicht gemacht! Ja vielleicht mach ich das auch mal! Ich mach mal auf 100% direkt komm! Boah Leute! Dann nur ich euch doch auch oder? So doppelt! Ja klar! Ja das ist das Problem ein bisschen ätzend! Nervig! Okay Leute ab geht's! Eine neue Runde! Also ich find das macht schon bock das Game! Ja das macht schon bock ja! Du bist ja auch die ganze Zeit infiziert Alter! Unschuldig? Ne diesmal nicht! Aber wer ist infiziert von euch? Ich schwör auf alles! Ich bin unschuldig! Dennis trau mir an! Ich glaub es ist der Sarraza wieder! Was machst du mit deinem Arm an? Der wollen wir jetzt in die Kompli! Das ist schon richtig crazy! Guck mal ich kann auch die Kamera nehmen! Ja und die kannst du auch so nehmen! Ein guter kleiner Stützefreund! Das heißt gar nix! Das wusste ich nicht! Okay Dennis! Ey! Stell dich mal auf die Platte komm! Stell dich mal auf die Platte! Nein 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 ich will den Infizierer haben! Stell dich jetzt auf die Platte! Nein 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 ich bin den unschuldig! 100% Höfendalar! Komm mal nachher kommen sie sich auf die Platte stellen! Nein ich will das haben Dennis man! Okay mach ich hier! Komm ich dann hab ich die scannen ja? Komm her Tobi ich will dich mal checken! Komm jetzt mach Anna! Nimm! Mach eh! Ich will unschuldig! Wie mach ich das denn? Wie mach ich das denn? 2 oder 3 oder 4? Was bringt das jetzt? Ich glaub du siehst jetzt einfach nur wo ich bin! Kann sein dass der Traitor den Scanner nicht nehmen kann Curry? Doch ich hab den Scanner auf 3 aber ich kann nix machen! Ja aber darfst du den nicht... achso! Das sieht aus wie bei Outlast hier ne? Ja ist echt so ne? Ey warte mal da kommt jemand! Ey warte mal Tobi! Ey warte mal Tobi! Ey warte mal Tobi! Bleib mal stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Tobi ist es nicht! Tobi ist unschuldig! Dann kann ich dann jetzt den Tracker benutzen! Geht der nur im Dunkeln? Ja das geht nur einmal! Tobi ist Proven Leute! Okay nice Tobi Alter! Ich bin auch Proven! Ne ich hab dich noch nicht gescannt du Dreckstag Alter! Komm her ich komm zu dir! Hier lass den abknallen Radu Mordin hier! Der hat tot getrunken! Ich knall ihn ab! Ich kann nicht mehr scannen! Ich kann nicht mehr scannen! Man kann nur einmal! Hilfe ich brauch Hilfe hier! Hey was hast du jetzt gemacht? Ich hab nen Tracker da am Arsch geklebt Alter! Ey ich seh komm jetzt immer ein Bild Alter! Leute lass hier bleiben wir müssen gleich eh hier die Treppe hoch! Okay mal! Ja lass hier dran mit uns alle essen kannst du? Ey ich hab Tobi doch grad gescannt Alter! Freunde wo bist du? Keine Ahnung! Ey ey ey! Wer ist das? Oh mein Gott! Ich hab den Curry von hinten! Nein! Nein! Alter ich renne hier oben lang! Von hier hinten Curry! Den Sicherheits! Den Sicherheits! Den Sicherheits! Den Dreckstag! Ich hab ihn gemessert Curry! Wer ist das? Keiß auf euch Warnung! Ich renne einfach durch! Alter hör auf! Alter! Oh mein Gott! Wer ist das gewesen? Du bist das gewesen so Dreckstag! Alle du Hände! Tobi war das nicht wieder! Nein ich war's nicht! Tobi war der Überlebende! Walle! Walle ist es! Walle ist es! Walle ist es du Kleiner! Der ist Treppe! Alter was passiert jetzt? Wie kann man denn Voten? Wie geht das? Scheiße, hier geht's nicht weiter. Scheiße, ich kann nicht aufstehen mehr. Oh, ich hab den Rewind. Ich bin tot. Ja, ich hab ihn umgenatzt. Ich bin auch tot. Du bist tot, Walle, oder? Ja, ich bin tot. Ich werd jetzt sterben. Ich komm nicht zum nächsten Ausgang. Also langsam checkt man das Spiel. Das ist echt cool, Mann. Nein, fuck. Alter. Aber wie geil war das gerade, Mann. Der kommt da den Teppel hoch, Alter, ey. Der Bronze hat geworden, weil ich war der Letzte. Der hat's clever gemacht, deswegen hab ich auch eben das Blut nicht getrunken, Bronze, weil ich wusste, du stehst da. Hast du gesehen, dass ich da wäre? Da hab ich gesehen, ob du gestalkt hast und den anderen richtig schön abgeballert und gewartet, ob du das Blut trinkst. Aber damit bist du der Winner des Games, Alter. Ja, noch nicht. Ich muss erstmal hier rauskommen, Alter. Aber es lebt ja noch einer, der andere lebt auch noch. Wieder ausziehende Kamera da. Ah, der andere hier lebt noch? Wir sind tot, wir sind tot, der wird dir auf nix sagen, Leute. Ah, sorry, ja, ey. Es lebt ja jetzt eh keiner mehr, außer ich, ne? Aber du musst dich erschrecken, du musst ruhig sein. Es lebt noch jemand außer du. Es lebt noch jemand außer du. Stimmt. Ja, seid doch ruhig, seid ruhig. Wie man immer den wiederbelebt, Alter. Ey, ich hab den noch gekillt, Mann. Wieso lebt der denn noch? Oh, oh. Hallo, geil. Ey, was passiert da, Alter? Äh? Ey. Ey. Was macht der da unten, Alter? Guck. Guck. Hahahaha. Höh. Okay. Atrarium, Alter. Mach auf da die scheiß Tür, Alter. Boah. Na rein da, Mann. Wo ist jetzt lang, Mann? Hier ist der Ausgang, oder was? Bronz allein in der Welt Ja Wie geht das auf? Hä? Hier ist der Ausgang, man, nice In der vorherigen Runde dachte ich, der eine Typ wäre mein Kollege gewesen Bronz, du musst auf den Apennepiller schießen Welchen denn? Da Dass die Schallplatte auch in den richtigen Dings ist Ja Was hab ich übersau hier, ey Und jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Oh 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 Nice Guck mal, oh oh Wie kann ich denn die Exit-Tür aufmachen? Oh 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 Dagegen schießen Oh oh Jungs, setz dich doch irgendwo hin, wo es dunkel ist, Bronz am an der Ecke Nein, am besten ins Licht Ich helfe dich Wenn man den so hört von hinten Boah 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 Raus, los los komm B-Boah ii, Alter Was hat der gemacht? H-He! H-He! Ich hab dich doch gewonnen, Alter! Nein, du bist nicht entkommen, du musst entkommen Ahhh! Scheiße, Mann. Ich hab dir so schön abgeknallt alles, ne? Alter, die zum Verfolgungsjagern war das geilste, was ich jemals gesehen hab da gesichert habe. Du guckst in die Kameras und siehst immer die Umrisse, weil du auch sagst aaaaahhhh Das ist halt ein bisschen was von Bronze hier von diesen Frise-Jugend-Körper-Jetzt, ne? Guck mal, lass mal probieren, Alter! Das war voll gruselig gerade, Alter. Das macht Jimmy voll Bock, Mann. Das ist eine nächste Folge, oder? Machen wir noch eine Folge, oder? Eine Folge machen wir noch. Eine Folge, wo Sarazammer nicht infiziert ist. Ja, Mann. Ich freue mich aber auch. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Ich bin ein Monster. Ein Übermonster, Alter. Hast du endlich mal zu deiner richtigen Persönlichkeit gefunden, weißt du? Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode von diesem wunderbaren Spiel. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Scheißspiel, Mann. Mach's gut, ihr Lieben. Ha, ha, ha.